5 Finanzminuten, heute mit dem Thema Cum-Ex-Transaktionen. Ganz grob geht es in Cum-Ex-Transaktionen darum, mehrfach Steuern zurückgezahlt zu bekommen, obwohl man nur einmal Steuern gezahlt hat. Die Ausgangssituation ist wie folgt. Es gibt einen Investor A, der 1000 Aktien der BAG hält. Der Aktionkurs beträgt 10 Euro. Außerdem gibt es noch den Leerverkäufer und den Investor B, die aktuell noch keine Rolle spielen. Der Dividendenstichtag, also der Tag, an dem die Dividende gezahlt wird, steht kurz bevor. Jetzt kauft Investor B 1000 Aktien mit Dividendenanspruch, das wird später wichtig, zum Preis von 10.000 Euro. Allerdings nicht, wie man erwarten könnte, von Investor A, sondern von dem Leerverkäufer, der keine Aktien der BAG hat. Er kann diesen Leerverkauf tätigen, da man nach einem Aktienverkauf 2 Tage Zeit hat, die Aktien zu liefern. Man kann dies damit vergleichen, dass ihr im Internet Schuhe kauft, Hust, keine Sponsor gefunden, und die erst in den nächsten zwei Tagen geliefert werden. Dies nennt man einen ungedeckten Leerverkauf. Falls ihr wissen wollt, was ein gedeckter Leerverkauf ist, schaut euch gern unser Video dazu an. Der Dividendenstichtag ist gekommen. Die BAG schüttet pro Aktie 50 Cent aus, also bekommt Investor A 500 Euro. Allerdings kommen bei Immuno 375 an, da 25% Steuern direkt an den Start gehen. Dafür bekommt Investor A eine Steuerbescheinigung, da er als Fonds die Steuern erstattet bekommt, damit die Fondsanleger nicht doppelt besteuert werden. Nach dem Dividendenstichtag verkauft Investor A seine Aktien für 9,50 Euro pro Aktie an den Leerverkäufer, der die Aktien braucht, da er noch Investor B Aktien liefern muss. Anschließend liefert der Leerverkäufer Investor B die Aktien. Allerdings hatte der Leerverkäufer Investor B Aktien mit Dividendenanspruch verkauft. Deswegen muss der Investor B die Netto-Dividende von 375 Euro zahlen, da er für die Aktien, die Investor B bekommt, schon Dividende gezahlt wurde, sogenannte Ex-Aktien. Diese Aktien verkauft Investor B nun wieder an Investor A für 9.500 Euro. Außerdem bekommt Investor B eine Steuerbescheinigung, der theoretisch Steuern bezahlt hat, beziehungsweise eben wurden halt nur die Netto-Dividende gezahlt. Allerdings weiß die Depotbank, welche die Steuerbescheinigung ausstellt, nicht, ob wirklich Steuern gezahlt wurden. Nichtsdestotrotz bekommt Investor B eine Steuerbescheinigung. Nun sieht eigentlich wieder fast alles aus wie am Anfang. Investor A hat 1000 Aktien und die Netto-Dividende. Außerdem hat Investor B 125 Euro Verlust und der Lehrverkäufer 125 Euro Gewinn gemacht, welche sich allerdings egalisieren. Am wichtigsten ist jedoch, dass es zwei Investoren gibt, welche einen Anspruch auf Steuernstattung haben. Allerdings hat der Staat nur einmal Steuern kassiert. Der Staat muss die Fonds die gezahlten Steuern erstatten, da die Fonds selbst Geld ausschütten, welches nochmal besteuert wird. Damit diese Ausschüttungen nicht doppelt besteuert werden, bekommen die Fonds die Steuern erstattet. Somit zahlt der Staat zweimal 125 Euro an beide Investoren. Damit bleibt der Gewinn von 125 Euro des Lehrverkäufers, welcher aufgeteilt wird. Und der Staat bezahlt die Rechnung. Also insgesamt sind Cum-Ex-Transaktionen oder auch Dividenden-Stripping genannt, die Mehrfacherstattung von einmalig gezahlten Steuern. Für die Investoren sind Erträge außerdem risikolos. Insgesamt wird stark diskutiert, inwieweit die Transaktionen nun illegal oder legal sind. Allerdings versucht die Politik, die Geschäfte zu unterbinden. Auch ist dieses Geschäft nur für Fonds und Banken interessant, da nur sie die gezahlten Steuern erstattet bekommen. Des distributedte Stelle zu we Ст Nickina landen diesen Bes anthemgerät. spirituality-Zachmeldenterte und mindestens man von mir eine Fragen zur fren 라in hier als wir begerren hatten. Und natürlich kann man gewinnen. In mein Liefer-Zachmeldenturk